hier sind fleißig dabei ich greife jetzt die elefanten an gut ich bin auf meiner seite durch ich habe hier nicht mal verluste gemacht ein zwei mann haben verluste gemacht mit dem ja wäre cool weil hier die sind mich jetzt noch angreifen oder nehmen lieber ein ja ich bin gerade zum punkt unterwegs ist das nicht eigentlich das war falsch ich will ja hier die formation nicht haben brauche ich ja nicht ist ja nichts mehr natürlich sehr schlau ich nehme jetzt gerade auf dem weg einzunehmen so meine sperrträger haben auch keine verluste habe ich rausgehalten aus dem geschehen wie sieht es denn bei dir aus kann mich nicht beschweren gerade also meine einheiten leisten hier das was sie sollen findet ihr mal die geben schon auf hier die haben keine moral mehr ist rum okay gefecht beenden ich habe auch nicht viele mann verloren du musst es sein so ist es erfolgreich das ist ein zusammenspiel zwei verluste durch 37 jahre durch jede fand noch gehabt ist ja nicht vergessen ja war okay wir haben 966 verluste zugefügt ja bin ich mal gespannt wer die stadt kriegt müsste es eigentlich stube kommen weil du der angreifer warst ja krieg ja also ich hoffe es zumindest ich habe weniger verluste ich krieg die stadt seems legend das wäre nicht so ja aber ich glaube du hast recht der wurde zuerst angreift genau immer mehr weiter ins minus also halte ich meinen plus betrag sinkt okay bist du schon wieder auf der kampagnen karte ja ich warte gerade auf dich ich bin noch am laden aber ist jetzt fertig schöne kampf animation das ist cool gemacht muss man sagen ist es richtig cool gemacht ja weg mit entscheidender sieg was machen wir denn gefangene versklaven ja ich habe besetzen gemacht kannst du auch was machen also ich habe ja noch hier gefangen gefangene feinde was so ja das kannst du das habe ich jetzt gar nicht gefangen gefangen versklaven gib ihm ranger höhen natürlich schön meine einheiten kriegen jetzt auch auf deinen boden hier wie heißt dass die wieder verstärkung bekommen weißt du okay es ist vorteilhafter dem feind mit blitz zu überwältigen als mit gewalt ne brauchen wir wer mutig ist ist frei kommandant und krieger was 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 könnte man da am besten machen also halt als fertigkeit du fragst mich sachen ich mach strategie ne autorität ich mag kommandant der hat plus ein ja dann haben die leute glaube ich bessere moral genau so falsch so ich habe die stadt jetzt besetzt das ist schon mal schön was kann man denn hier bauen ich könnte jetzt ein dorf draus machen das will ich nicht ähm noch nicht wie könnte ich schreine bauen ähm was bringt das alles bringt nahrung wachstum ja komm bauen wir doch ein dorf draus machen wir ein dörfle drüsten so sparta steht es natürlich dumm da es kann sein dass die jetzt auf apollonia gehen das kann sein dann muss ich halt schneller sein ah ich kann hier in meine stadt ich kann meine schiffe kann ich sagen sollen in meine stadt ah ok dann werden die einheiten in der stadt drin und dann werden die schiffe leer und da habe ich jetzt ein bisschen angst vor dem noch so ja da müssen wir einfach mal gucken wie wir das handhaben kannst ja noch mit einem spion mal richtung apollonia gehen damit ich schon mal sehe was da so steht naja ehrlich gesagt ja genau mache ich krass wie weit die laufen können ach da ist keiner ja da werden trotzdem welche drin ist sein gut also die erste stadt habe ich jetzt schon mal die geht ins minus minus 21 ja das ist aber am anfang normal weil du die halt erobert hast ja schon technologien muss ich jetzt natürlich gerade mal gucken wirtschaft wirtschaft gehe ich natürlich ähm dann habe ich den noch kurz noch durchlesen komm schnell 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 go 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 ja plus zwei wohlstand durch landwirtschaft ja machen wir so gut dann haben wir das alles weg erstmal noch ins diplomatiefenster erstmal falsch klicken so runde beenden gut ja jetzt müssen wir wieder warten hier ja aber herr ist ziemlich erfolgreich bis jetzt ja gut wir sind ja auch erst eine runde drei gleich nein aber für das dass wir in runde drei erst sind dass wir jetzt schon eine stadt ja gut haben also ah danke sparta dem tun jetzt die einheiten hier weg von epirus danke wo haben sie denn hingepackt die kommen jetzt zu mir und ja die haben da hier ares schrecken da fährt gerade ein schiff nach apollonia ja das ist die einheit sind die einheiten wo darum kommen aber da steht auch ein schiff von sparta genau ja dieses ares schrecken das sind einheiten ja das sind auch einheiten genauso wie in epirus in dem schiff halt hier okay ich gehe 1823 ins plus was machst du 1230 okay das kommt jetzt wahrscheinlich bei mir durch die zweite stadt würde ich behaupten ja natürlich wenn ich jetzt die dritte gleich ab geht das auch denke ich ins plus aber dann nach oben ziehen hier ja nach epi damos damos epi damos ja können wir machen weil dann würde ich gern die stadt nämlich nehmen habe ich nämlich auch noch eine hafenstadt aber das war vielleicht für mich nicht schlecht hätte ich auch zwei hafen städte genauso wie du dann könnte ich über schiff ein bisschen noch mehr handeln aber mit wem sind denn die gut kann ich jetzt natürlich hier nirgends gucken dass es keine so übersichtskarte gibt von allen fraktionen wo man dann einfach drauf klickt und das sind schon viele was ja mit den fraktionen ach so ja klar also trotzdem kunden wir sehen können mit wem der verbündet ist ja so seine eigenen partner dann irgendwie mit den krieg zieht oder da muss man gucken ja schon als ich bin athen ist glaube ich bei mir ziemlich safe außer sparta meint es muss mich angreifen aber ich glaube nicht dass sie das machen werden das glaube ich nicht geht das bei mir aus also hier imperium was unten drunter steht wenn du in deinem menü bist armeen ich kann jetzt noch eine armee aus richtig das ist eine maximale anzahl genau das wird glaube ich erhöht durch durch rang erhöhen ja mach mal kriegsziel verfügbar jo alles klar er braucht stimmig in apollonia soll ich damit kommen dann noch nicht dran ja aber halt mal in die richtung soll ich dann auch mit oder ich denke nicht okay ja wie du meinst kommandant plus eins autorität nächste runde kann ich die dann angreifen was haben wir hier die gefährten des herakles ja ich denke das ist machbar noch keine sabotage erstmal hier ich suche nach gut ja das hier wird ne das ist ein transport und dann werden da nur aber die haben auch mauern oder ne 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 keine mauern gut aber ich werde hier ne ich hebe noch keine armee aus so nach nächster runde habe ich erst die logistik hier die dann kommt Pontos mit denen könnte ich mal versuchen ein handelsabkommen äh hab ich schon die sind mir nämlich positiv gestellt mhm die machen das auch die hab ich auch Handelsabkommen erwartungswahrscheinlichkeit niedrig ähm kriegt ihr auch noch bisschen kohle dafür von mir aus echt? ne brauchst nicht also ich hab sauerne kohle geschafft ne ich hab mit kohle und die wollten nicht ok die sind bei mir jetzt aber auch partner komisch hm Pontos oder? mal gucken ähm ja Pontos Handelspartner und sogar verbündeter militärischer verbündeter die haben mir das nämlich angeboten ne wollten die bei mir nicht ja bin halt ein netter Kerl wie schon gesagt ja 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 eh oh Gott ein Handelsabkommen hätte ich gern aber das gibt auch nix du hast viel mehr Möglichkeiten irgendwie sich ähm weiter anzugreifen ich muss da ewig durch die Länder ziehen ja dafür kann ich auch schneller angegriffen werden also ist ja nicht so dass ich ja ich bin geschützt durch dich ein bisschen ja ich werde auf jeden Fall Larissa verlassen und werde mal weiter äh in den Norden ziehen weil hier unten Sparta will ich auf jeden Fall jetzt kein Krieg anfangen ja brauche ich ja eigentlich nicht aber ich weiß nicht ob die irgendwann nicht mal dann ah meinen sie müssen so ich baue jetzt glaube ich mal einen Getreidemarkt 100 Wohlstand 10 Wohlstand durch Landwirtschaftliche ja das hört sich gut an bauen wir mal einen Getreidemarkt so und hier ist noch nix zu bauen ne hier sind zwei Runden erst der äh der Fischhandel bereit ah Fischhandel ist auch gell da musst du aufpassen es bringt minus öffentliche Ordnung ja aber plus Nahrung 8 ich hab da jetzt zum Beispiel eben die Ding bauen können hier die Herberge und dadurch habe ich keine Nachteile gehabt deswegen habe ich das gebaut und ich habe 12 Essen mittlerweile mich ehrlich gesagt sehr erfreut jawoll unsere Armee aufstellen und dann kriegt der was ist das hier denn neun acht sieben sechs damit du Bescheid weißt ja ja gut ich weiß ja nicht ob du die Zeit ziehst hier eine Armee und dann habe ich hier plus 4 und dann passt das ja wunderbar Bau abgeschlossen Krieg erklärt ein Galat Galatine das ah ok das ist mein Handelspartner gegen die jetzt gerade Krieg angefangen haben dann ist es jetzt nimmer dein Handelspartner ne 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 doch nicht alles gut alles gut alles gut ich habe nur auf die Flagge geguckt also ich werde jetzt hier auf jeden Fall weiter ziehen in den Norden wenn du sagst schon du brauchst mich nicht dann ziehe ich mal in die Richtung und werde hier eine Armee ausbilden Treibmacht aufstellen wen nehme ich ne du musst Einheiten rekrutieren wenn du die da hinzufügen willst oder willst du eine neue Armee dann musst du einfach Streitkräfte aufstellen in Larissa damit die halt auch ein paar Mann rinnen ach so ja ja klar dann ist äh gut ne ich war grad woanders es ist eine Ehre zu dienen gut ah ok jetzt sieht man auch die Vorteile minus c ah wenn man auf den Stern ah ermöglicht Fertigkeit Kriegsschrei äh Ordnung bringt es plus Nahkampfschaden plus Geschossschaden Baukosten plus öffentliche Ordnung was kannst du 5 Wohlstand minus 20 Sklaverei da habe ich letztesmal den richtig falschen genommen ja Sklaven bringen auch irgendwie Einnahmen ne ja aber ich will lieber hier Geschossschaden ist cool Nahkampfschaden ist cool ich nehme den mir aufstellen was kann man hier was will ich denn will ich den auf Pferden haben so rekrutieren so gut du gehst erstmal hier rein perfekt jetzt 1500 also in Anführungszeichen nur noch ins Plus das sinkt bei mir dauerhaft ja einfach aus dem Grund weil du ja äh Armeen hast genau ähm ich guck jetzt grad mal Wohlstand plus öffentliche Ordnung dass ich hier mal ein bisschen Zufriedenheit hinkriege mit irgendeinem Schrei mit irgendeinem Schrei den ich baue ähm was kannst du denn das Schutz Ordnung ähm ich baue jetzt einfach mal ein schreiendes Zeus Tu dies tu dies so gut ach ich drück immer aufs Falsche hier ne ich will hier einfach nur das Menü raus ähm oder falsch rum so ah Runde beenden wunderbar bist du grad aus dem Spiel geflogen? Spiel abgebrochen die Verbindung mit Steam wurde unterbrochen okay ähm hallo warum ist Steam jetzt abgebrochen? weiß ich nicht kannst du ihn wieder verbinden guck mal oh ist das ein das ist ja jetzt dumm geh mal ähm in dein Multiplayer Gefecht äh nicht Spiel ist voll okay ähm warte mal kurz die Runde läuft gerade noch boah ich versuch gerade mal was ob ich dich einladen kann Multisage ne bringt nichts zu Spiel einladen Einladung wurde gesendet ne ne das Spiel ist voll bin da irgendwie noch nicht rausgeflogen ah toll ähm mach mal kurz ne Unterbrechung oder willst du ja ich wollt grad noch die Runde hier fertig laufen lassen okay dann warte ich noch auf dich mit mir halt gleich lange Folgen haben dann muss man kurz ne Unterbrechung machen du musst dann auch speichern ja ich weiß ich weiß genau dann muss kann auch sein dass du gleich in der neuen Runde des da steht du bist rausgeflogen ich weiß es noch nicht die Runde läuft halt grad noch ne ja aber Steam ist bei mir nicht abgebrochen Steam funktioniert ja das ist ja gerade das Witzige ich bin ja hier in Steam drin interessant ne weil auf einmal stand bei mir oben rechts ja Multisage spielt jetzt äh Rome 2 ja bei mir stand Spiel unterbrochen äh Steam äh die Verbindung zu Steam ist unterbrochen ja das ist natürlich unschön das ist natürlich richtig dumm ja gut wie lange dauert die Runde noch die seht ihr jetzt halt leider nicht sorry ja die sind halt da laufen ja oben jetzt nur die Icons durch mehr ist es ja nicht das ging jetzt von meiner Zeit da hab ich wohl die Runde gar nicht beenden ich hab noch ein bisschen Zeit gehabt oh man ja da kann ich aber halt auch nichts dafür ich hab dich nicht gekickt ich weiß nicht mal wie es geht und ich hab auch ein Videobeweis ne das trau ich dir auch nicht zu dass du mich da raus kickst warum auch ja und wie überhaupt ne keine Ahnung wir gucken jetzt mal ja das ist richtig dann auf jeden Fall müssen wir unterbrechen wir müssen dann nochmal alles neu starten bin eigentlich nur noch hier drin weil mehr Ding damit die Folgen halt gleich lang bleiben ja natürlich das Problem im Together da ist halt die Folgen dass man ja das gleiche sieht beim anderen dann auch dass nicht dann schon was anderes kommt was bei mir nicht ja man sieht ja jetzt eh nur oben die Icons durchhuschen mehr oder weniger ja aber es ist ja im allgemeinen dann sind meine Folgen dann automatisch kürzer weil ich hänge die beiden ja bei Vegas aneinander ja ja die und der nächste Teil so Forschung abgeschlossen verborgene Agent entdeckt und ich guck jetzt grad nochmal ob ich dich einladen kann aber ich glaube nicht das ist voll das Spiel dann speichere ich jetzt mal so äh kooperativ Natrox Makedonien ja speichern ja dann würde ich sagen wir sehen uns nächste Folge wieder und bis gleich im Anschluss eigentlich wahrscheinlich wir wissen ja nicht wie es geteilt wird ja ich schwöre passt in etwa bis gleich alles klar